Die Clubkommission ist für zwei Projekte verantwortlich. Das eine ist die Club Spree, deswegen stehen wir jetzt hier auf diesem schönen Solarboot und schippern die Spree entlang. Wir haben hier 15 Clubs zusammen vernetzt über Boote und man kann kostenlos die ganze Woche lang auf diesem Boot herumfahren von Club zu Club und Berlin erkunden. Und am Samstag ist das große Finale, nämlich da ist die Berlin Clubnacht mit 44 Clubs, Rekordanzahl, weltweit keine Veranstaltung in dieser Größenordnung, wo so viele Clubs teilnehmen. Und am Samstag kann man sozusagen auf Tour gehen und das nur für 12 Euro. Die Berlin Music Week findet die ganze Woche statt und die Club Spree bietet sozusagen hier die Möglichkeit auch Berlin mal zu erkunden. Nicht nur theoretisch, sondern auch wirklich Musik zu leben, zu feiern.